Mr. Craig, this is the young man who is collecting the bottle caps and we know where we are collecting it. We need to sell those bags. Bitteschön. Ja, also diese Stöpsel kommen jetzt, dieser Anhänger kommt jetzt aus Sammlungen aus Stegersbach, Oberwart, Markt Allhau, das ist die Schule, die dort sammelt, und aus Hartberg, in Hartberg, das ist eine private Sammlerin, aber auch mit Schulen und zum Schluss sind noch neun Säcke dazugekommen aus einer IMS in Leobersdorf. Das ist also in etwa das Jahresaufkommen von der Schule. Stegersbach, wo auch Schulen dabei sind, bin ich ungefähr alle zwei bis drei Monate und hole dort die Stöpsel ab und das ist meistens. Da ist der Anhänger gut zur Hälfte befüllt und der Rest sind halt dann die draufgegeben.